So, hallo, hier ist wieder euer Rolf Müller. Es wird mal wieder Zeit, dass ich euch ein paar neue Sachen zeige. Und zwar habe ich ein Programm erarbeitet, was für die komplette Muskulatur ist, dass ihr die zu Hause trainieren könnt. Also eine ziemlich einfache und simple Sache, wo man, wie gesagt, die Muskeln trainiert und dafür sorgt, dass man nicht langsam wird, sondern dass sie super funktionieren. Das heißt, wir sind im aeroben Bereich und das ist natürlich eine schöne Sache. So, zu dieser ganzen Geschichte brauchen wir Folgendes. Und zwar einmal hier so eine deuter Wand, einmal so eine kleine Uhr. Das ist ganz wichtig. Da stellen wir den auf eine Minute ein. Ich zeige euch gleich die verschiedenen Übungen. Nach einer Minute haben wir dann eine Pause von einer Minute und können das jeweils wiederholen. Je nachdem, wie fit wir sind, wie es gelangt. Also sehr viele Leute können dann diese Sachen zum Beispiel so machen. Eine Minute die Übung, eine Minute Pause, dann nochmal das Ganze, also dreimal. Für Anfänger würde ich raten, dass ihr es eine Minute macht. Das ist schon eine ganz gute Sache. Und man wird es auch merken, weil man länger nichts gemacht hat. Und für Sportler ist es gut eben eine zusätzliche Geschichte, damit ihr nicht langsamer wird. Und das Ganze super funktioniert. Jetzt machen wir natürlich unser Daumen. So. Halten wir das bis zum Skin. Und dann machen wir ein Reife-Tips. Schön als Skin halten. Und das versucht man natürlich unglücklich ist, eine Minute durchzumachen, was nicht ganz so einfach ist. So, das war eine Minute. Wir stellen unsere Eier hoch, wieder auf eine Minute. Dann machen wir folgendes. Bubibank wieder hoch zum Kinn. So, hier wieder Zahn an. Jetzt verlieren wir den unteren Bauch und den Beinwitz hervor. Und dann schön aufs Band halten, das Ganze strecken, anwinkeln. Strecken, anwinkeln. So, das machen wir eine Minute lang. So, das machen wir uns. Und dann machen wir uns. Immer schön lange was strecken. So, das war eine gute. Sieht erstmal sehr leicht aus. Aber ganz so leicht ist es nicht. Zumindest nicht, wenn man länger nichts getan hat oder wenn man es zusätzlich macht. So, da haben wir die Oberschenkel also drin gehabt. Wir hatten die Bauchmuskultur untere und rote drin. So, jetzt heben wir weiter. So haben wir jetzt folgendes. Wir legen das hier unter den Rücken. So, dass wir das strecken können. Wir fassen das Ganze über Kreuz. Damit mehr Spannung drauf ist. Dann drücken wir unseren Palmer. So, wir machen folgendes. Seitlich runter. Schön auf Spannung halten. Wieder nach oben. Seitlich runter. Das zieht euch automatisch nach oben. lebt zu, dass er die Arme möglichst gestreckt lasst. Die Schildenden sind aber schon ziemlich effektiv. Wieder eine Minute. Dann spürt ihr dann auch schon so beziehungsweise eine Brustmuskulatur. So, dann war also die Brustmuskulatur. Wie gesagt, das war mein Trainingprogramm, das ich euch vorgestellt habe. Und zwar für die Grundmuskulatur. Das ist ganz wichtig. Und man kommt schon in den Schützen, wenn man das durchgehend macht. Und wenn man das regelmäßig macht. 200 Wochen, wenn wir das machen. Dann ist das einfach so warm. Knapp 10 Minuten. Dann eine Schufe weiter. Das heißt, wir werden 2 Minuten machen. Immer eine gute Pause. Dann kommen wir auf 20 Minuten. Und wenn die richtig Jungs oder Mädels, die richtig Gas geben. Es dreimal machen. Und jeweils dreimal eine gute Pause. Das heißt, dass sie dann ungefähr bei 30 Minuten liegen. Man sollte natürlich berücksichtigen. Diese neue Lavender gibt es zum Beispiel auch verschiedene Farben, mit verschiedenen Stärken. Das heißt, wenn dann dieses Band, das ich hier habe, so ein bisschen druckig erscheint. Und einfach zu locker ist. Könnt ihr euch gerne einen Band in einer Farbe holen. Die gehen also los bei 3 Euro bis 10, 12 Euro. Und die gibt es in einigen Stärken. Das ist das Einfachste. Mit so einem roter Ton. Dann gibt es ein blaues. Dann gibt es grün und schwarze. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Ich habe damit hoffentlich geholfen, dass ihr ein bisschen was zu Hause machen könnt. Und auch unter Ihnen, wenn ein Hotel seid. Bei so einem kleinen Timer für ein paar Euro. Und so ein Bändchen mitzunehmen. Ist also nicht unbedingt das Thema. Macht kein Fach. Nichts. Und könnt, wie gesagt, für euch was tun. Soll ich mal dran denken. Das Einste, was wirklich wichtig ist. Ist, dass unser Körper und unser Geister eine gute Lebensqualität haben. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Euer Haus. Tschüss. Zurück zum nächsten Mal. Das ist eing organizament. Untertitelung Usem graspant. Und jetzt Meu. Noch ein glimpse-چer B��sch netصل. Und zwar es auch einen Berufsfusgen catchant. Überset 52. Vielen Dank.